Ja hallo und herzlich willkommen bei Prado Matei, schönes Rallye bei Beisets, heute haben wir was richtig cooles und zwar haben wir da rechts unser Case von Dominarium United, wie es auf Englisch heißt, 8, was heißt hier, 8, 6 in Summe der 6 Dominarium United Packs, das erste ist schon erschienen, das ist jetzt das zweite und das ist Montag und wenn es hochläuft, das war jetzt jeden Montag auf meinem Kanal, zumindest ein Jahr lang will ich das durchziehen, jeden Montag ein Video zur Magic the Gathering, also wenn euch das gefällt, habt ihr Like, habt ihr Abo da, so ist der Plan, einfach, ja, Spaß an, schauen wir mal, dann machen wir es mal auf, wir schauen uns wieder die Verpackung an, die schaut richtig lässig aus, da habt ihr echt cooles Logo, 30 Jahre, das Magic, das uralte Design Logo, ich weiß nicht, ob es das so damals ist, bei Legends ausgeschaut hat, aber steht oben, ihr könnt von 1994 Karten drin haben, Legends und das ist einer der Gründer, warum wir uns das gekauft haben, denn das Video ist nicht nur in 4K, sondern wenn ihr, ihr habt im Schnitt bei alle 3 eine Legends Karte drinnen und klar, ihr könnt viele Cummins drin haben, aber grundsätzlich ist das halt so, dass ihr den Vorteil habt, und dann ist der Boxstopper, kein Boxstopper, spannend, ja, Aha, ich hab gedacht, dass in jedem Box ist der Boxstopper drinnen, aha, ach, schaut euch das an, da ist nichts drin, ja, da müssen wir dann so packen, das ist jetzt hier was, ja, fehlerhaft, das müssen wir dann schauen, das ist jetzt mein zweiter Spec, das ist beim ersten Mal Boxstopper drinnen, sag, wenn das nicht wäre, ja, wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, lasst ein Like, da lasst ein Abo da, und wir haben im ersten Video schon geredet, die Foils sind, maximal okay, die normalen Foils, aber es gibt halt so viele verschiedene Alternative Varianten, das ist jetzt das, das ist dann das Borderline, äh, das Edge, äh, das Textured Foil, das ist das normale Foil, das ist dann die Commanderkarte, ähm, das ist dann das normale Foil, äh, das ist dann, äh, Edged Foil, genau, also das ist Textured Foil, so, das ist Edged Foil, das ist Edged Foil Rare, das ist der Raven Man, das ist, äh, und das ist äh, und das ist äh, Emperor, ähm, Full Art Foil, das ist der Token. So, keine Ding, ich bin schockiert. Boah, haha, leider nicht schön, das Foiling, also wie gesagt, ich bin sehr sehr enttäuscht von dem Foiling, aber wir haben einen Charity Sleeper Agent, und, äh, Planeswalker Token sind immer cool, deswegen legen wir es auf den Hauptstapel. Ja, da, wie gesagt, da wird es da nicht viel haben, was da irgendwie wild ist, bei den normalen Foils. Das ist wieder Foil, das ist wieder, das ist Borderless, Wahnsinn, wirklich cool. Ja, Borderless, ähm, Textured Foil, so, das ist jetzt so das Caver, das Caves, ja, ein Foil, ist einfach cool. Das ist das normale Foil, also das normale, klassische Foil, das ist in dem Slot bei mir, das ist dann, das ist jetzt der Edged Foil, damit man es auseinander tragen, Braids, nice. Und D4 auf Instinct. Bis jetzt haben wir nicht den Jackpot. Ich verstehe nicht, warum da kein Ding drin ist. Das ist echt arg. Ich meine, ich bin bei Magic schon viel gewohnt, aber, ich hab echt glaubt, dass da in jeder Foxtop drin ist. Ähm, das ist jetzt wieder die coole Variante. Das ist echt cooler. Ja, als Hourglass. So, dann haben wir das normale Foiling. Dann haben wir das Edged Foiling. Ähm, ja. The Ramses. Die Meria, muss ich sagen. Dann haben wir das Evolved Sleeper als Foil-Art. Borderless Foil-Art. Und, ja. Schauen wir weiter. Irgendwie mau besetzt. Ich bin schockiert. Ich hab gesagt, das ist immer schwer aufzumachen, oder? Swamp. Wieder die Foil. Oh, nice. Das nächste von diesen Ländern. Hm. Ich hoffe, das Video geht weiter. Sack hat 20%. Nice. Nice. Also, nice. Nichts besonderes, aber. Da haben wir zur Eternal Schema. Zuer als Eternal Schema. Nice. Und das ist diese Foil-Art. Nice. Von den Fenstern, die war voll. Cool. Ähm. Ja. Kein Box-Tocker. Bin echt schockiert. Vielleicht ist das ja ein Zeichen, dass in der Box dann eine Legends-Karte drin ist. Hihihi. Keine Ahnung. Da ist leider ein bisschen beschädigter Token. Interessanter Token. Schreibt es einmal rein, wie ihr die Edition so findet. Und wie ihr das findet. Oh, nice. Das ist halt dieses Borderless irgendwie. Und ja. Normale Rare. Etched Foil. Etched Foil. Etched Foil. Etched Foil. Die halt bescheiden sind. Die sind halt Special, aber in Wald. Weiß ich nicht, ob sie so der Check-Bot dann sind. Ohhhh. Ohhhh. Ja. Foil. Alternatives Art. Can. Liberated. Richtig nice. Mütig. Bisschen Ladelle oben links. Rückseite ist okay. Bisschen hat die Edges. Aber ja. Nice. Und ja. Keine Lilli noch. Einen Gerard bis jetzt. In unserer Reise. Und keine Legends Karte. Und das ist der Grund warum es eigentlich. Da hier bin. Die Legends Karten will ich unbedingt sehen. Ähm. Ich glaube das ist einfach ein richtig cooles Erlebnis. Ist so eine Karte zum Ziel. Weil. Wann kannst du es machen? Wie oft hast du die Möglichkeit darauf? Ohhhh. Cool in Mütig Rare. Das ist die normale Foil. Äh. Das ist die normale Karte. Das ist Etched Foil in Rare. Oder Ice Rare. Äh. Diesmal scheint nix hinten zu sein. Das ist Dorian Boon. Boon, 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 Boon. Und Token. Okay. Okay. Kein Boxtopper. Okay. Kein Boxtopper. Oh. Meiser Token. Grollener Token. Multicolored Karten muss das sein. Da sind die ganzen nicht Standardländer. Ist ja nicht cool. Komplett schief hier drauf, oder? Oder wie gesagt. Der Zau. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Und dann schauen wir weiter. Da wird es gerade ein bisschen hoch da. Wahrscheinlich mehr ankommen. Oh. Die Yaya. Nice. Das ist richtig nice. Da freue ich mich mega. Also wie gesagt. Die Plainswalk in den alternativen Arzt. Oder den Full-Ported-Arzt. So ein echt nice. Die Lili wäre noch nice. Die normale Artwork finde ich gar nicht so besonders. Aus. Die alte. Ähm. War immer so super. Dann schauen wir mal. Manten. Wieder das da. Oh. Green. So wartet mal kurz. Kann ich das irgendwie so machen, was das ein bisschen besser zu sehen ist? Ich denke. Ähm. Normales Foiling. Edged Foil. Normales. Nicht Foil. Das. Das. Das kann. Der Ford ist ja recht nice aus. Der Veteranen. So. Ich plagt schon. Mein Hals. Und. Bis jetzt haben wir weder eine Lili. Lili. Noch. Ja. Kein Boxstopper. Okay. Planes. So schaut's aus. Und jetzt geht's spannend. noch einmal. Dann geht's. Äh. 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 noch einmal. Schweil. Aria sogar. Normal. Und. Mitigrea. Der Reed. mit. Also. Sechschritt. Sechschritt. nachdem. Kein Boxstopper drin. Ist da wirklich jetzt. der Legends-Karte. Aber. So wie's kommt. So. Ich sehe das sehr seltsam. Ich kann's nicht so gut einschätzen. Der World Spell. Unite. So. Dann haben wir ein paar Edge Files. Normale Rare. Covers. Und. Ist das ein Yaya? Nein. A Killdown. Flamesage. Und. Das war's dann. Ein Pooster bleibt. Und. Da muss alles drinnen sein. Das wird nicht passieren. In dem Fall muss ich sagen. Ein sehr enttäuschendes Display. Kein Boxstopper. Kein Boxstopper. Kein Boxstopper. Kein Kahn war drin. Yaya war drin. Aber. Keine Ahnung. Ich glaub da sind wir weit weg davon. Von dem was wir zahlt haben. Also. Ich kenne irgendwelche Karten. Die Werte nicht. Aber. Ja. Das sind coole Karten. Ähm. Ja. Das ist ein wirklich cool. Cooles. Also das ist ein classic von Matwerk. Aber nicht so cool zum angreifen. Und. Dann haben wir noch das da. Dann haben wir das da. Wow ist das ein schlechter Display gewesen. Wuhu. Okay. Kein Legends Karten. Kein Boxstopper. Und. Ja. Ähm. Eins. Ich glaub das haben wir nicht. Vielleicht nennen wir mal. Zwei. Zehn mütiges. Wird natürlich nicht so ausgehen. Das ist wirklich. Das ist wirklich. Negativ Beispiel. Drei. Vier. Fünf. Okay. Na. Nicht mehr. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben mütiges. Ne. Also das war wirklich. Mit Abstand der schlechteste Display. Wow. Also ich weiß nicht ob da irgendwas komplett crazy ist. Von Wert. Kein ist super geil. Jaja ist super nice. Aber ja. Sonst hält sie es in Grenzen muss ich sagen. Ähm. Ja. Dafür war es. Kein Boxstopper drinnen. Da muss ich dann anschreiben sehen. Keine Ahnung was da los ist. Und. Ja. Ich muss dann irgendwas suchen wo das alles rein tun kann. Ähm. Ganz zu viel Hull Karten gekauft wo alles Special Karten sind. Ist halt schwer. Irgendwie. Und ja. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Das ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.